Gebäudeanalysen liefern in jeder Phase des Gebäudelebenszyklus, von der Entwurfsplanung bis hin zu Betrieb und Sanierung, wichtige Einblicke in den Energieverbrauch und die Nachhaltigkeit eines Gebäudes. Sie sind unverzichtbarer Bestandteil einer zuverlässigen und kosteneffektiven Planung energieeffizienter Gebäude, was zu den zentralen Investitionskriterien der heutigen Bauherren zählt. Das in den Autodesk Building Design Suites Premium und Ultimate enthaltene Autodesk Revit sowie die Lösungen Energy Analysis für Revit und Autodesk Green Building Studio, die Subscription-Kunden der Building Design Suite zur Verfügung stehen, ermöglichen es auch Anwendern ohne Spezialkenntnisse, schnell und zuverlässig Energieanalysen ihrer Entwürfe durchzuführen. Mit dem cloudbasierten Service Energy Analysis für Revit können Architekten und Gebäudetechniker schon in frühen Planungsphasen anhand von konzeptionellen Massenelementen Energieanalysen des gesamten Gebäudes erstellen. Mithilfe konzeptioneller Massenelemente lassen sich zur Energieanalyse des gesamten Gebäudes komplexe Entwurfsiterationen mit Massengeschossdecken erstellen. Sie müssen nur die minimal erforderlichen Energieeinstellungen vornehmen, beispielsweise Wetterdaten und Gebäudetyp, um die Simulation zu starten. Darüber hinaus lassen sich die Elemente und Features von Revit auch für die in den verschiedenen Planungsstadien unterschiedlichen Energieanalysen einsetzen, das heißt vom ersten Entwurf bis zur Detailplanung. Sie können den Energiebedarf detaillierter Revit-Modelle untersuchen. Die Gebäudeelemente-Simulation in Revit erstellt direkt aus ihren Revit-Gebäudeelementen ein Energieberechnungsmodell und sendet es für die Simulation mit DOE 2.2 an Autodesk Green Building Studio. Diese Funktion steht mit und ohne Platzierung der Revit-Raumobjekte zur Verfügung. So wird eine Energieanalyse des gesamten Gebäudes mit nur einem Klick möglich. Das Tool unterstützt auch komplexere Modellgeometrien wie geneigte Wände, variierende Wandstärken und Lufträume. Für die Analyse muss das Modell weder speziell aufbereitet noch neu erstellt werden. Der innovative Algorithmus erkennt und platziert berechnete Räume und Flächen automatisch und erstellt eine GB-XML-Ausgabe zur Verwendung in anderen Energieanalyseprogrammen. Nach Abschluss der Analyse können Sie mit der Iteration des Modells fortfahren und die Ergebnisse fortlaufend überprüfen und vergleichen. Sie können den jährlichen Energieverbrauch und die Energiekosten für Gebäude, Gebäudetechnik und Beleuchtung sowie den Wasserverbrauch und die Kosten anzeigen. Autodesk unterstützt zahlreiche branchenübliche Dateiaustauschformate und Anwendungen für Gebäudeanalysen. Autodesk Revit und Autodesk Green Building Studio können die Gebäudeanalyse deutlich beschleunigen und ihre Zuverlässigkeit steigern, sodass sie zu optimalen Entscheidungen gelangen. Mit der Autodesk Building Design Suite und dem Autodesk Subscription Angebot lassen sich erweiterbare, zusammenhängende Arbeitsabläufe zur Gebäudeanalyse in die Standardprozesse von Architekten und Gebäudetechnikern einbinden.